Bevor wir zum eigentlichen Video kommen, möchte ich nur noch eine kurze zeitliche Einschätzung hier abgeben, denn ihr werdet gleich an dem alten Bautisch eventuell einer anderen Tonqualität oder einer anderen Bildqualität merken, dass dieser Bau bzw. diese Review zu diesem Set über wirklich einen langen Zeitraum entstanden ist. Ich rede da wirklich über ein Jahr, denn ich hatte dieses Set gebaut, hatte auch damals schon den Part mit der Box und der Anleitung gefilmt, aber es ist nie zur Vollendung des Videos nach dem Bau gekommen. Wir haben uns hier aber von Kobi aus der Top Gun Maverick Reihe die Mustang angeschaut und ihr habt da gesagt, ihr würdet euch auch gerne noch weitere Kobi Flugzeuge anschauen und da hat sich dann natürlich dieses Set hier angeboten. Und ich habe mir aber gedacht, ich möchte jetzt nicht die Box und die Anleitung nochmal neu aufnehmen, denn das würde irgendwie meine Meinung dazu verfälschen, denn für mich zählt da der erste Eindruck, wenn man es das erste Mal aufmacht und wirklich auch die Anleitung das erste Mal in der Hand hat, um dort wirklich einen unverfälschten Eindruck rüber zu bringen. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, auch in diesem Video hier die alten Aufnahmen zu verwenden und dann nur im Fazit jetzt diese neue Aufnahme anzufertigen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so gut findet oder ob ihr es besser gefunden hättet, wenn ich doch neue Aufnahmen gemacht hätte, auch wenn dort vielleicht bestimmte Meinungen etwas verfälscht am Ende gewesen wären oder zumindest nicht mehr mein erster Eindruck dort wieder gespiegelt worden wäre. Ich möchte euch aber auch gar nicht länger hier voll labern und wir fangen jetzt an mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klembau-Steinbaus und zwar heute mal wieder mit einem Set von Kobi und zwar der 572 und damit geht es mal wieder in den zweiten Weltkrieg und in das damalige japanische Militär mit der Mitsubishi A6M-20 Sen. 347 Teile und eine Minifigur haben wir bei dem Set auf jeden Fall dabei und es gehört, wie schon erwähnt, zu der Historical Collection World War II Reihe. Das Vorschaubild gefällt mir soweit auf jeden Fall schon mal. Ich muss nur sagen, der Blick dieser Figur macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich da der einzige bin, in dem das so geht. Der Maßstab ist 1 zu 32, habe ich fast vergessen zu erwähnen. Hier oben sehen wir nochmal einen QR-Code zum Scannen für mehr Informationen und das Set nochmal von der Seite. Auf den beiden Seiten die wichtigsten Informationen und zwar ist es mal wieder pad printed und die späteren Abmessungen ist es 27 cm lang und 38 cm breit mit der kompletten Tragflächenspannweite. Auf der Rückseite haben wir nochmal ein paar Informationen zum echten Vorbild, dann nochmal ein Bild mit dem Stand und ein historisches Bild der Mitsubishi Zero-San. Dann werden hier noch die Funktionen gezeigt, aber die schauen wir uns natürlich am fertigen Set an. Ich mache das Ganze jetzt natürlich mal auf und dann schauen wir uns zusammen die Teiltüten und die Anleitung an. Und leider meldet sich bei der Zero-San der Luftnummer-Alert, also das ist nicht mal halbvoll. Also wenn sich das mit den überdimensional großen Verpackungen jetzt bei Kobi auch noch so zementiert, dann wäre ich wirklich enttäuscht. Wir sehen aber schon hier wieder etwas Positives und zwar wenn wir durch die Teiltüten mal durchluschern, sehen wir viele tolle bedruckte Teile und das ist ja wie gesagt bei der Pad Printed Version der Riesenvorteil. Über die Steinequalität reden wir wie immer, ja aber erst wenn wir das Ganze auch wirklich gebaut haben und dementsprechend gucken wir uns jetzt nochmal die Anleitung an. Dann ist das Ganze klammergebunden und wie wir das von Kobi gewohnt sind, wird ausgegraut, was komplett gebaut würde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr es findet, dass Kobi diese Anlegmuster hier bei jedem Teil ransetzt. Ob ihr das besser findet als bei anderen Herstellern, wo dann immer irgendwo in der Ecke eins davon ist und man dann eben mehrere Teile damit abmessen muss. Oder ob ihr das cooler findet, wenn diese Anlegmuster bei jedem Teil nochmal einzeln mit einem Pfeil markiert sind. Ich finde beide Varianten auf jeden Fall gut. Insgesamt haben wir auf jeden Fall 62 Bauschritte, um die Zero-Cent zu bauen. Und hier seht ihr nochmal die Teileliste. Wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr wie immer das Video gerne hier anhalten. Und auf der Rückseite nochmal ein kleiner Werbeblock. Die Messerschmitt ist ja auch ein sehr cooles Set gewesen zum Beispiel. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns das erste Mal wieder nach 19 Bauschritten. Und wir müssen glaube ich nicht über die Teilequalität groß von Kobi reden. Das Baugefühl, die Prints, die Steine vom Aussehen. Es ist einfach nochmal eine andere Liga, obwohl es ja wirklich viele gute alternative Klemmbausteinhersteller momentan am Markt gibt. Aber Kobi ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Man findet auf den gesamten Fliesen nicht einen wirklichen Kratzer. Die sind wirklich super. Die Prints sind kräftig. Sie haben keine Fehler. Es ist einfach gewissermaßen eine andere Welt. Ansonsten haben wir bisher die Flügel gebaut. Ich finde schön, dass wir auch so eine Anwinkelung bei den Flügeln haben. Und das wird über Kugelgelenke gemacht. Und die Flügelenden stoßen hier nochmal an. Das heißt, die sind auch fest. Also sie sind wirklich fest so angewinkelt. Hier wobbelt nichts rum. Das ist ganz große Klasse. Ebenfalls haben wir an den Flügeln schon die Höhenruder. Die wurden als Formteil reingelegt. Aber sie sehen halt wirklich super, super gut aus. Sie lassen sich super verstellen. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Und wir sehen uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns jetzt das nächste Mal nach dem 50. Bauschritt wieder. Und wir haben eben jetzt den Rest des Flugzeugs größtenteils fertiggestellt. Und das Ganze ist wirklich kompakt. Und vor allen Dingen massiv. Und erinnert vom Aufbau so ein bisschen an die USS Wayhoo, die ich ja hier schon mal vorgestellt habe. Und liebevoll als Schlagstock oder Baseballschläger betitelt habe. Das ist hier wirklich genau so. Also das Ding wird nie wieder auseinanderfallen. Natürlich auch hier haben wir wieder diese wunderschönen Drucke. Und sehr schön gelungene Formteile. Und eine super Teilequalität. Ihr kennt das alles. Aber wir müssen mal ganz kurz meckern. Zwar auf einem sehr hohen Niveau. Aber wir müssen meckern. Und zwar so sollte ein Druck aussehen, wenn er über zwei Teile geht. Wirklich perfekt abschließend. Und so sieht er leider auf der anderen Seite aus. Es ist jetzt nicht extrem, aber auf jeden Fall mehr, als man das von Kobi sonst gewöhnt ist. Meines Erachtens aber trotzdem noch besser als die meisten geklebten Sticker. Und wie gesagt, Kobi zeigt auf der anderen Seite auch, wie es eigentlich aussehen sollte. Und wie sie es vor allen Dingen auch können. Und im 51. Bauschritt gibt es nun die große Hochzeit. Und zwar wird das Cockpit und der Rest des Flugzeugs mit den Flügeln verbunden. Und jetzt seht ihr schon, der ganze Bau neigt sich dem Ende. Und dementsprechend baue ich es jetzt auch zu Ende. Und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Set wieder. Und damit ist die Mitsubishi A6 M2 Zero auch schon fertig. Ich kann euch auch noch etwas über den Bau erzählen. Obwohl, wie ihr das ja im Intro gehört habt, der Bau schon etwas länger her ist. Denn ich habe mir damals auch schon meine Notizen natürlich zu dem Bau gemacht. Und ich hätte die Notizen gar nicht gebraucht. Denn das, was wir auch heute von Kobi gewohnt sind, hat sich damals schon bei diesem Set hier abgezeichnet. Die Steine sind natürlich recht fest. Wir kennen das Ganze. Das ist typisch Kobi. Ihr habt es auch schon unter dem letzten Video des Öfteren gesagt. Es ist typisch Kobi. Genau dasselbe. Die Prints einfach typisch Kobi. Es sind viele Prints auf dem Set. Obwohl es hier dieses Mal etwas zu bemängeln gibt. Das schauen wir uns aber gleich an. Die Anleitung wirft überhaupt keine Fragen auf. Ich kann danach gut bauen. Auch wenn sich einige ja lieber wünschen, dass nicht komplett ausgegraut wird. Sondern auch noch die Farben nur verblasst dargestellt werden. Aber ich persönlich komme mit dem komplett ausgegrauten auch wirklich super zurecht. Und vermisse dann in der Anleitung dort nichts. Ich finde Kobi macht das auch mit ihren besonderen Teilen, die es von anderen Herstellern nicht gibt. In der Anleitung immer sehr gut und verweist dort wirklich sehr gut darauf, welches Teil man genau braucht. Man hat auch immer am Anfang nochmal die Einblendung. Beachte bitte. Wir haben hier verschiedene Teile Typen von ähnlich aussehenden Teilen dabei. Und es wird genau gezeigt, wie man die unterscheiden kann. Also wirklich die Anleitung hier wieder Kobi typisch. Richtig, richtig gut. Im Gegensatz zu der kleineren Mustang, die wir uns angeschaut haben, ist dieses Set ja wieder im Maßstab größer geraten. Und zwar haben wir hier den Maßstab 1 zu 32. Da kommen die Flugzeuge auch noch wirklich mit einem Stand, den wir jetzt hier mal abmachen können. Dabei haben wir die schöne bedruckte Plakette. Wir haben hier wirklich glänzende Fliesen, die kaum zerkratzt und auch nicht matt sind. Also hier hat Kobi wirklich gute Fliesen abgeliefert. Und wir haben dieses Spezialteil, mit dem man das Flugzeug wirklich schön auf den Stand packen kann. Also ich stehe auf die 1 zu 32 Kobi-Flugzeug-Stands sehr. Denn sie sind eigentlich simpel aufgebaut, aber wirken für mich trotzdem zeitlos schön. Eine weitere Neuerung im Vergleich zu der kleineren Größe, die wir uns letztes Mal angeschaut haben. Hier ist auch eine Figur dabei. Wir haben hier einen japanischen Piloten. Die Kobi-Figuren sind eine Sache für sich. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Sie sind natürlich echt ungewohnt auf den ersten Blick. Aber ich finde, sie passen zu den Militärsets wirklich gut. Und es ist schön, dass wir diese Figuren dabei haben, die sich eben auch vom Marktführer absetzen. Das Einzige, was ich etwas gewöhnungsbedürftig finde, ist der Print vom Gesicht. Sonst finde ich die Figur wirklich gelungen. Und die kommt dann auf jeden Fall wieder ins Cockpit. Und apropos, sie kommt ins Cockpit. Wir können uns natürlich auch die Funktion zusammen anschauen. Einmal dreht sich natürlich der Propeller. Und der dreht sich wirklich, wirklich spielend leicht. Also man kennt das ja. Man hat auf diesem Set hier doch etwas Staub, wenn es schon die ganze Zeit stande. Und dementsprechend habe ich den Staub entfernt und oldschool am Anfang mal gepustet. Und das Coole ist, der ist so leichtläufig hier vorn, dass wenn man den Staub runterpustet, der hier vorn richtig mit abgeht. Also so schön leichtläufig bekommen das die wenigsten Hersteller hin. Dann haben wir noch diese verstellbaren Klappen hier dabei. Bei den Klappen handelt es sich um Formteile, die aber hier eben beweglich gelagert sind. Leider haben wir beim hinteren Teil keine beweglichen Teile mehr. Wir können aber das Cockpit abnehmen, beziehungsweise die Cockpit-Scheibe abnehmen und können dann die Figur reinsetzen. Die Cockpit-Scheibe ist auch ein Formteil. Sie ist aber wirklich sehr gut angekommen, kratzerfrei. Sie ist nicht milchig, also die gefällt mir sehr gut. Genauso wie auch der kleinere vordere Teil der Scheibe. Also ich finde, das Cockpit ist richtig, richtig gelungen. Ebenfalls gelungen finde ich die Front mit den schönen Drucken, auch am Propeller. Das Fahrwerk, finde ich, haben sie auch gut hinbekommen. Und man kann das Fahrwerk auch einklappen. So hundertprozentig wie bei originalen Flugzeugen ist das natürlich nie, weil wir hier keine Klappen haben, wo das Fahrwerk am Ende versteckt wird. Aber man kann, wenn man denn mit diesem Set, was wahrscheinlich eher im Regal landen wird, spielen möchte, zumindest auch spielen, dass sich das Fahrwerk einfährt. Wir haben auch vorne an den Flügelkanten wieder diese Prints. Das zeigt natürlich so ein bisschen die Detailverliebtheit bei so einem Set. Wir haben an den Flügelspitzen jeweils zweimal den roten Punkt. Genau diesen Punkt haben wir auch hier an den Seiten nochmal. Und leider für mich ein Kritikpunkt. Hier haben sie den Übergang richtig gut getroffen. Hier ist aber leider etwas schief gelaufen. Kobi printet ja meistens die Teile im verbauten Zustand, wodurch solche Übergänge eigentlich nicht passieren. In dem Fall war es wahrscheinlich nicht so. Und wir haben hier doch einen sehr, sehr eindeutigen Versatz. Das stört mich schon ein wenig, zeigt aber auch, dass Kobi eben sonst viel höhere Qualität abliefern kann. Und auch beim Heck haben wir wieder ein paar Formteile im Einsatz, die aber natürlich dann die sehr schöne Optik von dem Flugzeug hier mittragen. Und auch hier haben wir dann nochmal einen Print. Also wir haben hier auch wieder viele liebevolle Prints dabei. Und von dem Versatz, den wir dort haben abgesehen, sind die Prints eben auch in einer richtig hohen Qualität. Also gerade, dass die Farben decken und man eben die Grundfarbe nicht mehr durchschimmern sieht, das bekommt Kobi immer sehr gut hin. Man bekommt dieses Set momentan für 25 bis 30 Euro, was auch wieder der Preisrange von diesen 1 zu 32 Flugzeugen komplett entspricht. Und ich finde, die Flugzeuge sind das auf jeden Fall wert. Es ist natürlich kein Preisknaller, es ist nicht super günstig, aber es ist eben sein Geld wert. Denn man bekommt hier Qualität, man bekommt hier gute Steine, schöne Bautechniken, viele Prints. Und wenn man jetzt auf dieses Flugzeugmodell steht, auf jeden Fall ein schöner Hingucker für sein Regal. Wenn man nicht auf diesem Flugzeugtyp im Speziellen steht, gibt es aber bei Kobi eben auch viel andere Auswahl. Und die Flugzeuge sind zumindest die meisten genauso gut umgesetzt. Ich hatte also auch wieder mit dem Flugzeug hier sehr, sehr viel Spaß. Und dementsprechend gibt es von mir für dieses Set auch wieder eine Kaufempfehlung. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich immer sehr interessieren. Und wenn euch diese Review gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo darum in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.